Aber so diesen körperlichen Verfall finde ich schon schwer auszuhalten. Jemand macht ein Bild von dir, du guckst es dir an, willst es eigentlich schon löschen, weil es hässlich findet, lässt es aber am Handy. Und ein Jahr später scrollst du so drüber und denkst so, wow, da sah ich aber gut aus. Ja, genau. Also das finde ich schon kurios. Das ist ein bisschen beängstigend, ne?